Jo, Leute, was geht? Willkommen zurück zu A Way Out mit Resix. Jo, jo. Falls ihr irgendwas leicht im Hintergrund hört, das ist meine Waschmaschine. Wie ich nur gesagt habe. Ich meine, im Aufnaheprogramm sieht man kaum was. Entschuldigung, Herr. Wollt ihr wissen, wo das Krankenhaus ist? Hey, Benson. Du bist in dem Krankenhaus. Ich bin? Sind Sie okay? Ich bin ziemlich einfach. Die Doktor sagen, ich bin senile. Das ist nur eine fancy Art, zu sagen, dass du älter bist. Ha! Das ist genau das, was ich sagen würde. Du hast einen schönen Tag. Du auch. Warte, warte, warte. Warum willst du sprinten? Lass uns doch erstmal hier umgucken. Alter, deren Geschichte interessiert mich den Scheiß. Ich bin schmerzt. Ich will nach Hause gehen. Wir werden. Komm, Benson. Lass uns gehen. Aber ich bin okay. Right, Mister? Nichts, was zu beschäftigen. Du hast deine Mutter hier, um dich aufzuhalten. Ja, aber ich bin schmerzt von Doktoren. Du bist nicht. Wir wollen dich besuchen, oder? Wir werden dir wahrscheinlich ein Spiel geben. Willst du sie? Will ich ein Spiel bekommen? Cool. Ich bin sicher, dass sie werden. Right? Ja, natürlich, dass sie werden, Honey. Locker gelogen. Natürlich ist das gelogen. Jetzt komm her, verdammt nochmal. Warte, warte. Lass uns doch mal das Spiel genießen. Deine Frau ist schwanger. Sie erwartete Kind. Ja, ich fühle mich nur davon aus. Wahrscheinlich von dir. Ich bin mir aber nicht sicher. Hallo, hallo, hallo. Oh mein Gott, zwei Frauen. Ich komme mit. Ich nehme die rechte, die ist heiße. Oh Gott, die Zwillinge. Zwillinge. Ich nehme die... Ich nehme die linke. Hey, Baby. Sieht absolut gleich aus. Sehen die gleich aus? Ja, schon. Bei der Arm frisst sie aus. Streber, jetzt lass mich mal ran hier. Ey, Baby. Oh, mein Sieg-Double. Oh, ja. Oh Mann, Alter. Oh, ja, jetzt komm, Alter. Jetzt musst du noch das Flugzeug landen, dann. Nein, 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 lande es nicht, lande es nicht. Ja, genau. Du sprichst immer so aus? All die Zeit. Ha. Zwillinge sind kalt. Oh mein Gott. Ich bin krank, Mann. Ich weiß, ich kenne nicht krank, aber ich bin. Ich bin wirklich. Und warum sagst du mir das? Weil niemand mir glaubt. Für mich sieht er krank aus, aber im Kopf. Warum? Ich weiß nicht. Sie denken, ich mache Dinge. Na, sind Sie? Natürlich nicht. Siehst du nicht, siehst du nicht alle schwarzen? Eigentlich, du siehst ziemlich gesund aus mir. Wir müssen los. Alter, ganz offen, den hier anzuquatschen. Was? Sind Sie ernsthaft? Kannst du nicht sehen, dass ich es gar nicht bewegt habe? Ich kann sehen, dass du es bewegt habe, das bedeutet, dass es nicht gebrochen ist. Wir müssen los. Deine Frau. Ja, lass uns doch mal kurz chillen, Mann. Los jetzt! Hören Sie auf Ihre Frau. Sie sind nicht gebrochen. Ich sag mal, hören Sie auf Ihre Frau. Du kannst doch auch mal andere Leute ansprechen, anstatt nur hier rumzustehen. Komm, wir müssen los. Okay, wir gehen jetzt danach los, mein Gott. Was für eine Muschi. Jetzt komm! Let's go! Wenzeln! Ja, ist okay, ist okay, mein Gott, Mann. Wenzeln! Warte, hier ist doch... Spiel spielen, Spiel spielen. Komm, wir müssen das Spiel spielen. Wir müssen das Spiel spielen. Was ist das? Oh, Tentakto! Oh mein Gott! Go, Alter! Das ist viel gewinnt! Guck! Gut, dass ich mich umgeguckt habe, Alter! Warum darfst du anfangen? Bist du einer nervös? Nein, ich überlege nur gut. Mein nächster Schritt. Alter, das ist so ein Standard-Move, Alter! Genauso habe ich das damals mit meinem Bruder immer gemacht. Verdammte Scheiße, Alter. Lass los, lass los, lass los! Verk... Ah, nee, warte mal. Stimmt, da müssen ja vier sein, ne? Nein, ich hab... Ah, ich hab verkackt. Warum hast du verkackt? Warte mal kurz. Nee, ja, ich hab's verstanden. Vier gewinnt. Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr... Ich fahr woanders. Fällt dir jetzt auf, dass ich grad einen Penis gebaut habe. Siehst du das? Ja, wow. Überhaupt nicht pubertär. Ähm... Ja, warum nicht? Ich wusste, dass du es tust. Weil ich ein Genie bin. Du hast aber schon, dass wir noch hier sind wegen deiner Frau, ne? Ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Da hab ich recht. Dankeschön. Nein. Ha! Ha! Suck mal, Loser! Betracht, du hast das nicht gesehen. Ah, Mann, ey. Ja, richtig. Noch eine Runde. Nein! Alter! Doch jetzt will ich anfangen. Wie ich gerade gesagt habe. Dein Kind wird in der Highschool sein, bevor wir hier fertig sind. Ja, warte, warte. Lass mich doch einfach mal machen. Ich mach jetzt Speed-Round. Wir machen das richtig schnell. Okay. Oh, scheiße, mein Steuerkreuz geht nicht. Schnell, 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 schnell. Das musst du mit dem Stick machen. Das geht mit dem Steuerkreuz nicht. Schade. Ja, geht das nicht? Achso, okay. Hab ich gerade gemacht, deswegen hat es bei mir gerade so lange gedauert. Ja, ich hätte auch gewinnen können. Siehst du's? Ja, ich weiß. Ich hab's nicht gesehen. Du hast so viel auf mein Spiel geguckt, anstatt auf deins. Na egal, okay. Ich hab's gewonnen. Du magst vielleicht der Starke sein, ne? Aber ich bin das Brain von uns beiden. Ich bin das Brain, weißt du? Komm doch jetzt ernst mal. Du bist die Muskeln, ich bin das Brain. Was ist jetzt los? Der hat gesehen, wie ich gespielt hab. Der will mich ins ESL-Finale bringen. Der guckt aber ganz schön komisch. Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Ich glaub, der hat uns erkannt. Er hat mich abgescheckt. Er weiß, dass ich groß in den Hosen hab. Ich wusste, er hat uns gesehen. Ich wusste, er kennt uns. Okay. Wie der geguckt hat. Der wollte's direkt losgehen. Er hat mich abgescheckt, Alter. Ich schwör dir, Alter. Der steht auf mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herausreden, K.O. schlagen. Herausreden, K.O. schlagen. Herausreden, oder? Können wir nicht einfach so lange warten, bis der Fallschlub angekommen ist? Ich hab der erstackt. Also, guck mal. Wenn wir uns herausreden, dann kann es sein, dass es nicht klappt. Wenn wir K.O. schlagen, kann es sein, dass jemand ihn findet. Ja, aber wenn sie ihn finden, dann sind wir schon weg. Lass uns herausreden, oder? Ich find ihn aber K.O. schlagen. K.O. schlagen. K.O. schlagen. Das wird nach hinten losgehen, Alter. Wir verprügeln ihn. Nein, jetzt lass herausreden. Ah, du bist so ein Weichei geworden, Alter. Seitdem wir Minecraft spüren, ist so ein richtiges Weichei geworden. Ich habe das Krankheit, die die Doktorinnen kommen. Ja, 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 ja. Ich habe das Krankheit, die Doktorinnen kommen. Ich habe das Krankheit, was es ist, aber... Ja, 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 ja. Du musst nicht über das worrychen. Sie denken, es ist nicht kontaktisch, aber es ist okay. Okay, also, das ist mein Fluss, also... Ich wusste es, hm? Nein, es hat geklappt. Nice. Ich weiß. So muss es sein, Alter, so muss es sein. So, du bist gespannt, zu sehen, dein Baby? Ich bin mehr nervös. Entschuldigt. Ich war nervös, aber keine Ahnung, du bist okay. Danke. Balanceieren. Wie hart kann das sein? Ja, ich bin richtig gut an das. Sie sind... S... Allerdings. Ha, ha! Ah, ist ja. Wie geht denn die Steuerung überhaupt? Oh, 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 oh! Oh. Aaaaaaah Alter, warum machen wir die Scheiße? Keine Ahnung, lustige... Get on my level! Alter, du kannst mal aufhören? Ich kann das den ganzen Tag machen, Alter Ich hab keinen Bock, dich jetzt zu überholen Los, schubsen, schubsen, schubsen Fast-Fact, ich hab das damals kracken ausgemacht Ganz kurz Aaaaaaah Kreuz Alter, ich hab's über doppelt so lange durchgehalten wie du Ja, ich hab's auch nicht so oft versucht So oft versucht, ich hab's grad einmal gemacht Du bist ein Idiot Wo ist das Baby? Oh ja? Also warum ist dieses Ghost-Breaking-Bubbs? Weil... Er versucht uns was zu sagen Ich bin ernst Vielleicht versucht es euch zu sagen, dass du schlechte Wehring hast Hm... Vielleicht Ich warte am Ziel auf dich Na, ich hatte gerade ein interessantes Gespräch Ich weiß, Ghost-Ghost-Host, ich versteh schon Jetzt aber no joke, jetzt mal realistisch gesehen Ich bin aus dem Gefängnis rausge... äh... rausgegangen Und meine Frau ist in der Entbindungsstation Ist das nicht irgendwie... also wenn ich ein Polizist wäre, würde ich doch genau hier sein, oder nicht? Ja, eins plus eins und es ist zwei und so, ne? Ja, genau, also... ist das eigentlich... eigentlich geht's Polizisten sein Ich glaub nicht, dass es klappt Ich glaub nicht, dass es klappt Ich glaub nicht, dass es klappt Äh... Carol... Schon... Das kann nicht klappen Okay, folge mich, Sir Das Spiel ist ja irgendwo realistisch Also... irgendwie... ich glaube, jetzt passiert was Schlimmes Ich zischte auch die Katze Ja, genau Ja, genau Danke Hey Carol You okay? I'm fine Vincent What are you doing here? She's my daughter, too This is, uh, Leo It's nice to meet you, ma'am Yeah Yeah Uh... Baby girl, huh? Uh... I'll leave you guys alone I'll... be waiting outside Yeah And, uh... Congrats, by the way Oh god, was muss ich jetzt machen? Irgendeine Scheiße wird gleich passieren Ich hol' meinen Energy Drink Okay Halt stra... äh... Halt... halt Wache Ich hol' meinen Energy Drink Was? Come on, you piece of shit Worry, work Worry Wo ist denn mein Energy Drink? Wo ist denn mein Energy Drink? Wo ist denn mein Energy Drink? She is You know... I miss you Vincent... Please I love you... So much I just have to finish this You have to trust me Carol What do you want me to say? I just... Want you to trust me, okay? Things will be different You keep saying that, but you're gonna get yourself killed I can't live with that I'm not gonna let that happen I promise You have to trust me, Carol Let's see Let's go I want you to try A way A way A B Okay, wait